Tja, moin, heute XBK und Jungs wieder berg am Start und ja, das soll ein kleines Grußvideo sein und zwar wünsche ich euch alle, nein, heute ist noch nicht Weihnachten, heute ist Silvester, und zwar, ich wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr, bleibt wie ihr seid, vielleicht hört ihr auf zu rauchen im nächsten Jahr und sie wird gerade ins Skype angerufen, aber es ist mir scheißegal, ich lade es trotzdem hoch und ja, bleibt wie ihr seid, bleibt gesund, trinkt zu viel Alkohol, lasst die Böller, richtig schön fetzen auf die Frauen, knallt auf die Frauen, ihr wisst Bescheid, also, ich bin raus, wir werden nur kommentieren, nicht vergessen, tschö, ich will auch eine Frau knallen!